ja ja moin leute und willkommen zu einer neuen folge von wo die wörse stoppen und heute spielen wir mal mit Prozent ja mit der ekelhaftesten Noobwaffe im ganzen Game eigentlich mit der RPG ich freue mich schon drauf ja auch da kann man mal richtig so einen auf Taliban machen ja so ich kann hier schon spielstarten drücken ja du musst auf spielstarten und dringend immer vorher noch ein Schlückje ich möchte hier Schiener mal jetzt auch ein Stichmalen Schlückje Saskia Kless ach du scheiße sagt er ist meine Ex-Freundin ich trinke lieber nicht mache ich doch nicht Werbung für so irgendeinen ja von Lidl 1,5 Liter und äh ja schmeckt gut tut gut Kötzler aus den Allgäu so äh wir spielen mit der RPG Gier schluss eigentlich bei der letzten in der Mitte getroffen weiß ich gar nicht doch ich glaub schon doch haben wir doch müsste eigentlich ja komm dann gehen wir mal wieder hier rein so ja 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 ist ja gut ja ja ey oh mh lol ey das war nicht extra grade ey lol lol ja hau da einen raus ich wollt nur so trollen mit dem Messer und da kommt euch ja was besser gelaufen guck dir das an guck dir das an guck ich wollt nur trollen ja das super getrollen hast du ich war direkt vor deiner Nase lol du hast noch nicht mal in deine Hand bewegt ja das denn egal machen wir nochmal neu aber das bleibt jetzt in der Aufnahme drin wir fangen jetzt wieder mit doch also ich schon du kannst du kannst rausschneiden nein komm es muss nur drin warte du musst aber rausgehen aha ja dann nab mir noch meinen äh nab mir schon mal äh nab mir schon mal äh nab mir schon mal nab mir schon mal nab mir schon mal nab mir schon mal spieleinrichtung boteinstellung so mag jo Leute was geht ich bin's Tobson und heute wieder eine neue Folge von Woody vs. Tobson und wir spielen mit der ranzigsten Waffe in den ganzen Game wo sich die meisten eigentlich drüber aufregen und zwar RPG lol so spiel starten du hast mich nicht begrüßen lassen echt nicht lol da spammt mich gerade hier wieder einer hast du einen YouTube-Kanal nö hab ich nicht haha ich hab einen Video-Kanal hm ja wir machen übrigens äh ab nächste Woche noch Videos auf mein Video hm ja danach fangen wir irgendwann auf Dailymotion an aber Livestreams auf mein Video die ruckeln ja gar nicht neiiiin frei für alle so so ich hab in meinem Video vor diesem Video jetzt einen Outtake gepackt äh Leute das habt ihr ja schon gesehen und diesmal werde ich den Woody nicht aus Versehen messern ich hab den Outtake leider mit aber ach scheiße warum werfe ich jetzt zwei Nades einfach aus Spaß ey boah bin ich blöd ich wollte eigentlich die Waffe wechseln so so wo bist du komm wenn er mich wieder messert ne nein Spaß mach ich nicht dann krieg ich aber hohe Blutdruck so so bla 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 teabacken und so na dann hör dich so Nur zwei Schüsse, ne? Ja. Fucking hell. Boah, ich hab Angst, ey. Ich glaub... Oh, lolololo! What? What? Oh! Verbiss dich, Junge! Das kam plötzlich, oder? Alter, voll von hinten! Als hätte ich einen Riesen-Force gelassen. Nein! Jetzt muss ich messern! Ja! Aber jetzt muss er messern, ne? Ha! Komm her! Ja, ja, renn in dein Haus rein. LOL! LOL! Da kommt einfach so... Ja! Jetzt weiß ich, wie sich die ganzen Soldaten im Irak und Afghanistan fühlen. Ey, leck mich am Arsch, ey. Das war ja grad Schlotter... Schlotter... Schottrige Eier! Ja, klar! Du kriegst nur einen Hitmarker! Ja, klar! Mach mal den God-Mode aus! Was ist denn da los? Ja, klar! Alter! Ja, komm! Nein! Ja, ja, ja! Komm, kill dich wenigstens mit selber! Komm, komm! Komm, komm, schieß! Komm, schieß! Komm, schieß! Ich muss messern! Ich könnte dich jetzt messern, aber ich will, dass du dich selbst umbringst! Komm! Komm! Ich muss... Ja, komm, komm, schieß! Oh, jetzt muss er auch mal... Nein! Ey, das hättest du aber vorsagen müssen, ne? Ja, ey, so schnell! Ja, klar! Du stehst vor mir! Ey, ich muss messern! Warte mal kurz! Jo! Und ich weiß jetzt, weil... Ich glaub, du weißt, warum ich nur Hitmarkers jetzt bekomme, ne? Wieso? Ich hab Flag-Jacket drin! Was?! Kugelsichere Weste! Krieg ich ja immer nur Hitmarker, wenn ein RPG ist! Das ist doch scheiße, Alter, wenn du Flag-Jacket drin hast! Ja, du musst auch ein bisschen nachdenken, bevor wir anfangen! Ja, hab ich aber nicht, ey! Ja, hm! Das ist wie, äh, bei Kenny vs. Benny, wenn sie vor einem Wettkampf, äh... Das heißt ja nicht umsonst only RPG hier! Ja, hab ich doch! Hab ich dich bis jetzt nur mit RPG gekillt oder nicht? Klingt gestorben, Alter! Das ist doch ein Hitmarker, ey! Wäre ja so C-Fanning oder C! Nicht böse werden! Ich bestell dir die Jacqueline! Und dann kannst du mit der schön, äh... Also sie ist sechs, blond! Ein Meter dreißig! Ist das gut für dich? Maul! Maul! Ja, ist klar! Komme auf! Wie soll ich denn da was machen? Ich messer jetzt nur, ne? Ist mir scheiße, Alter! Jetzt ist aber vorbei! Wir können ja auch machen, dass du auch Flag-Jacket rein machst und dann killt keiner was! Ja! Ist doch scheiße, ey! Ja! Die Taktik, äh, ist aufgegangen! Nur Leichen hier, ey! Denk ich doch im Arsch, ey! Ja, toll! Jetzt hab ich doch eh verloren, weil ich noch mal einen Schuss hab! In der Pisser Flag-Jacket! Ey, probier's mal! Mich interessiert das mal! Ja, ja! Nein, nein, nein! Kill mich mal so... Warte, wo bist du, du? Ja, komm, hierher! Ich bin in der Mitte! Kill mich mal so ganz kurz davor, ob's mich killt! Also... Schieß mal ganz kurz davor, ob's mich killt! Komm! Nein, nein, nein! Schieß genau auf dich drauf, am besten! Oder? Ja! Ja, siehst du, es killt mich! Warum auch immer! Ach, du hast mich direkt getroffen! Ja, da muss ich genau auf dich... Ja, da muss ich genau auf dich drauf schießen! Na super! Das ist ja fast wie Quickscopen wieder hier! Oh, Uwe! Ja! Sicherlich! Verpiss dich! Wow, wow, wow! Nein, nein, nein! Verpiss dich, Junge! Nein! 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 Du Sau! Äh, wie! Lol, Kommando! Wee, Kommando! Das war voll weit weg! Ja, hier gibt's aber kein Kommando! Ja, aber das war trotzdem voll weit weg! Das war aber weit weg! Normal ist das Messer ja voll scheiße hier! Wieso hast du so weit? Alter Schwede! Keine Ahnung! Heck halt, ne? Gottmau! He! Ja! Alter Schwede! Da kommt er! Ja, ärgerlich, ne? 5-4! Das wird echt knapp hier! Aber du messest ja nur noch... Ne, du könntest auch mal eine Muni aufheben, ne? Aber... Ach so, ja! Das mach ich dann, wenn ich dich beim nächsten Mal gekillt hab! Ich mach das... Ich mach das... Ich mach das jetzt richtig ranzig! Ja... Ja, komm! Ich bin wieder an meinem Pool! Was? Ich bin wieder an meinem Pool! Ich bin wieder an meinem Pool! Ja, ich denkst, ich komme zu deinem Pool, wenn du mich da abknallst, kannst du auch mal mal knick! Ja, wie willst du sonst mich irgendwie wegholen? Ja! Siehste! Ja! Hier! Ich denke nach, Kollege! Ich hab Zeit! Ja, dann gewinn ich halt, ne? Ja! Wenn du Zeitspiel machst und Zeit ist vorbei, dann steht immer noch 5-4! Dann läuft, äh... Der Sieg! Lol! Ja, ich weiß ja nicht, wo du abschimmelst! Ich hab einfach mal... Das... Hahaha! Ja! Ohne Scheiß! LOL! Das muss ich auch messern! Außer hier liegt noch irgendwo Muni! Nee! Fuck! Ey, ich komm mit dem Messer nicht klar an den Scheißfüß! Alter! Ich versteh das nicht! Oh, herrlich! Guck mal, wie weit weg er ist! Ich weiß! Das ist einfach nur... Alter Schwede! Zu gut ist das! Wenn ich das so weit mach, dann passiert nichts! Oh! Er ist zwei Kilometer weg! Oh, mich juckt er an der Eichel! Hör mal! Ich hab jetzt extra schön nichts gesagt und jetzt extra Scheiße rüberkommt! Boah! Mich juckt's an der Eichel! Ich... Ich... Ich füge noch so'n... So'n Zwirpen von der... Jo, alles klar! Genau! Alter Schwede! Wo bist ich? Noll! Endlich! Boah! Nenn der jetzt noch mal Messers, ne? Dann... Ja, geht ja nes! Ich hab ja jetzt wieder Muni! Muss ja jetzt schießen hier! Ja, ja, so sieht's aus! Aber ich nut! Ich muss Messern! Ja toll! Toll! Ach, fäck dich! JAJAJA! Klopp! Wie? Alter, wie? Wie? Alter, meine Zuschauer können's bezeugen! Das ist... Das ist richtig scheiße! ja ja hör mal du hast fleckjacket drin und dann kann ich schon wenigstens messern oder ich weiß nicht es geht es geht mir hier ums messern messer prinzip ich verstehe nicht warum ich dich nicht gehen kann anti knife hack deswegen 6 zu 6 weil ich so gott mode anhab so ich hab ich den getebt ja schweiß so jetzt messer da wieder und gewinnt wieder bei dem alter das ist jetzt messer wieder ich hab hier ach so du hast jetzt wieder muni ja stimmt aber du musst jetzt messer ich muss jetzt messer ich kann nicht das ist scheiße dann darf ich aber auch messern das ist ja der witz da fliegt der pg einfach so zwei Millimeter an seinem kopf vorbei echt hast du geschossen okay jetzt hat er natürlich messer ist klar jetzt hat er natürlich messer und ich muss jetzt hier abkacken klar doch was war das mit geräusch ja bei mir vorhin aber auch aber zum glück warst du nicht da ja boah da kann doch nicht wahr sein ich hab doch gemessert ich habe einen schuss ja das sowieso er hat ein kompletter ach so ein schuss wie soll denn modrig ist folgendes das war ich gerade so kurz davor eben zu gewinnen aber jetzt wird vorbei können ja auch ohne knife machen dann aus der trau ne ohne knife ohne knife ah ja stimmt wir haben nur Ballistik knife gemacht wir können ja auch mal ohne knife machen dann ist es vorbei das ist doch ein witz oder zwei hitmarker Prozent Prozent der schluckende rpg bitte kugelsichere Weste wie weit muss er denn der Maul aufmachen und hat den so schluck die Halt oder oh Alter alles mal ja dann würde ich sagen wir machen gleich danach noch ohne Messer dann äh ohne Messer dann verliere ich ohne Küchenmesser ohne Küchenmesser komm voll nicht getroffen so muss es sein so Leute ich würde mal sagen ich hab ey schon wieder 12 zu 6 wie in der letzten Episode echt? ja guck so was merkt du sich ne ja klar das ist äh 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 ja also mit den Worten äh tschüss hau rein und tschau tschüss 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 tschüss